Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe der Most Actives, hier live vom Frankfurter Börsenpaket. Mein Name ist Patrick DeWayne und wie immer an dieser Stelle komme ich erstmal auf den Gesamtmarkt zu sprechen, denn der IFO-Geschäftsklimaindex, der heute Morgen vermeldet wurde, hat trotz der Tatsache, dass er nach fünf abschwüngenden Folge positiv sich gestalten konnte, nicht für Verzückung hier an den Märkten gesorgt, denn die Zukunftsaussichten, sie sind weiterhin pessimistisch und das hat so ein bisschen auf die Laune gedrückt bei den Anlegern und Investoren. Deshalb pendeln wir so um das Schlusstagesniveau 12.350, ein minimaler Aufschlag von 0,1 Prozent. Aktuell ist das Resultat, aber die gute Nachricht vorweg, wir haben die 12.300-Punkte-Marke zumindest für den Moment verteidigt. Gucken wir damit wie immer auf die meistgekauften Titel des Online-Brokers Flatex an dieser Stelle und heute haben wir folgende Top 5 für Sie, Wirecard, K plus S, TUI, Evotec und SAF Holland. Und wir wollen uns zunächst mal mit K plus S beschäftigen, denn die Aktie, das ist die schlechte Nachricht vorweg, sie ist auf einem Tief seit 2005, das liegt an einer Gewinnwarnung. Vor allen Dingen im Kali-Bereich muss das Unternehmen Abschreibungen in Höhe von bis zu 80 Millionen Euro verkraften, denn es gibt trotz der Tatsache, dass man versucht unter den Marktteilnehmern eine einigermaßen Preisstabilität herzustellen, weiterhin ein Importstopp Chinas, was Kali betrifft und das belastet die Unternehmen dieser Branche dann doch ziemlich drastisch und es bekommt K plus S, das Kasselaner Unternehmen, dann doch relativ deutlich zu spüren. Abschläge bis zu 5 Prozent waren die Folge und die Aktie kann sich tatsächlich aus ihrem Seitwärtsband um die 15 bis 19 Euro jetzt eher mal in Richtung Süden bewegen. Dementsprechend sei der eine oder andere da eine Kaufgelegenheit bei der Aktie. Der zweite Titel, den wir uns angucken wollen, das ist SAF Holland. Vor sechs Wochen, da kamen nämlich die Zahlen und die waren eigentlich inklusive des Ausblickes recht positiv und deswegen ist es umso überraschender, dass das Unternehmen jetzt sechs Wochen danach eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Die Aktie mit über minus 22 Prozent auf dem absteigenden Ast und das liegt vor allen Dingen daran, dass vor allen Dingen beim Umsatz man jetzt nur noch 1,26 bis 1,3 Milliarden Euro erwartet. Vorher der Wahn ist deutlich mehr und auch die EBIT-Marge ist statt 7 bis 8 Prozent jetzt nur noch bei 6 bis 6,5 Prozent erwartet. Dementsprechend die Anleger auf dem völlig falschen Fuß erwischt und die Aktie heute in Richtung Süden unterwegs. Kommen wir auf die andere Seite, auf die die meistverkauften Titel des Online-Brokers Fladex und da haben wir folgende fünf für Sie heute vorbereitet. Evotec, Wirecard, TAC, Immobilien, Lufthansa und AMD. Und wir gucken uns heute mal die Evotec an, denn die hat tatsächlich geliefert und zwar mit einer neuen Kooperation mit dem japanischen Pharmaunternehmen Takeda. Langfristig soll diese Kooperation sein und sie soll zudem Meilenstein Zahlungen beinhalten, von denen Evotec, die ja wirklich fühlend sind in diesem Bereich, weiter profitieren können. Die Aktie jetzt deutlich über der 20, sogar teilweise über der 21 Euro Marke zu finden und für den einen oder anderen, der schon Kurse dieses Jahr gesehen hat von jenseits der 25 Euro, ist es ein bisschen Balsam auf die geschundene Seele und die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt wieder nach Norden weitergehen könnte. Das war es hier von mir, von der Dienstagsausgabe der Most Actors vom Frankfurter Börsenparkett. Ich hoffe, Sie haben eine gute Zeit, gute Kurse wünsche ich Ihnen zudem und schalten Sie auch morgen wieder ein, Ihr Patrick DeWay. Vielen Dank.